Ich hole euch wieder ab. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Gingang! Lurie! Oh Gott! Lurie! Hast du dich bei der Tour des Opfern um Ihren Mann? Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Es ist nur eine Türken Gegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich bin. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte das morgen zu Hause werden. Warum? Das könnte hart für dich werden. Mein Sohn verjährt Arthur Fiedler. Was mein Sohn getan hat, ist Brusthaft. Stellt dir in der Polizei, sagt er, dass wir was bei dir gefunden. Das sind meine Freunde. Haben Sie sie gesehen? Ich weiß nicht, Brusthaft. Haben Sie das? Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten! Nein! Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein! Und Nuri hätte überlebt. Nein! Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Ich bin hier mit Brust! Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir.